Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Bestes Beispiel für Leute, die absichtlich die Wahrheit ablehnen, die absichtlich an Lügen glauben wollen, Evolutionisten. Da es Gesetze, wie die Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Spontane Schöpfung ist der Grund, warum es etwas gibt und nicht nichts, warum das Universum existiert und warum wir existieren. Also, da es Gesetze, wie die Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Das ist dumm. Das Universum wird sich selbst aus dem Nichts erschaffen, weil es Gesetze, wie Schwerkraft gibt. So viel zum Thema, da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Das ist ein Zitat von Stephen Hawking übrigens. Der hatte so einen hohen IQ, nein, er hatte keinen hohen IQ. Der Typ war ein Schwachkopf. Das ist dumm, so etwas zu sagen. Kolosser Kapitel 2, Vers 8. Habt acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehrenbetrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Und du sagst, aber es ist doch Wissenschaft. Es ist doch Wissenschaft, Evolution und Urknall und so, das ist doch Wissenschaft. Nein, es ist keine Wissenschaft. Es ist Philosophie und Lehrerbetrug. Das Universum, das hat sich aus dem Nichts erschaffen. Weil es Gesetze wie Schwerkraft gibt, kann und wird sich das Universum selbst aus dem Nichts erschaffen. Das ist Schwachsinn. Welche Episode von Star Trek war das? Episode 5? Hey, diese Leute glauben nicht an Wissenschaft, sie glauben an Science Fiction. Wenn du dein Leben auf Science Fiction baust, wenn deine Grundlage Science Fiction ist, dann hast du keine Grundlage in deinem Leben. Kein Wunder, dass es eine Verbindung zwischen Atheismus und Depression gibt. Wenn du dein Leben absichtlich auf Lügen baust, auf Science Fiction. Das Universum wird sich aus dem Nichts erschaffen? Was für ein Quatsch. Hebräer Kapitel 11, Vers 3. Okay, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Das Ding ist, natürlich enthält jede Lüge einen Funken Wahrheit. Jede Lüge enthält einen Funken Wahrheit. Denn Stephen Hawking sagt hier, dass sich das Universum selbst aus dem Nichts erschafft. Nun, da ist tatsächlich ein Funke Wahrheit dran. Denn die Bibel sagt, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Also alles, was wir sehen um uns herum, das ist nicht aus etwas Sichtbarem entstanden. Es gab nichts davor, woraus es entstanden ist. Aber wie wurde dann die Welt geschaffen? Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Die Bibel hat die Antwort. Ja, das Universum ist aus dem Nichts entstanden. Aber es ist halt nicht einfach so entstanden, weil nichts kann nicht zu etwas werden, sondern Gott hat in einem übernatürlichen Akt die Welt in Existenz gesprochen. Durch sein Wort, durch Gottes Wort wurden die Welten bereitet. Aber das ist die Komponente, die sie ganz einfach absichtlich missachten. Absichtlich außer Acht lassen. Und was ist dann die Folge davon? Die Folge davon ist Science Fiction. Wenn du Gott ablehnst, dann wirst du irgendwann bei Science Fiction ankommen. Früher oder später. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Nichts schuf sich selbst. Auch nichts ist explodiert und dann wurde etwas draus. Was für ein Quatsch. 2. Petrus Kapitel 3 Vers 5 2. Petrus Kapitel 3 Vers 5 Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten der Wasser bestanden hat durch das Wort Gottes und dass durch diese Wasser die damalige Erde infolge einer Wasserflut zugrunde ging. Also der Kontext ist, dass in der letzten Zeit Spötter auftreten werden, die sagen, ja wo ist denn die Verheißung des Herrn und die absichtlich Zweifel sehen, spotten über Gottes Wort. Aber die Bibel sagt, dass sie absichtlich übersehen, dass es eben schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus. Also wir sehen, dass es Menschen gibt, die einfach absichtlich die Wahrheit übersehen. Es ist nicht so, dass sie die Wahrheit gar nicht sehen können. Es ist so, dass sie die Wahrheit absichtlich übersehen. Wir wollen davon nichts wissen.